Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Jetzt wo die Winterpause vorbei ist, gibt es wieder neue Videos zum Thema Bodensee-Umrundung. Und wir starten heute mit einer kleinen Etappe. Und zwar geht es von Konstanz, Start nach Litzelstetten vorbei an der Insel Mainau. Und das können wir uns hier auch nochmal im Detail kurz anschauen. Und Start ist dieser Teil hier von Konstanz, wo auch dann die Fähre Richtung Meersburg abfährt. Und wir starten etwa in der Schiffsstraße. Ich zoome da mal ran. Wir starten etwa hier. Fahren hier dann hinunter in die Hoheneckstraße, der wir jetzt dann anschließend eine ganze Weile folgen. Vorbei an diesen prächtigen Villen hier. Vorbei an der Ruppaner Brauerei, die wir im Video sehen werden. In Richtung Mainau. Beziehungsweise kommt erstmal Eck. Konstanz Eck ist ebenfalls ein Stadtteil von Konstanz. Hier mit Hafen- und Uni-Gelände, soweit ich weiß. Und dann geht es weiter in die Graf Lennart Bernadotte-Allee. Und das lässt schon drauf schließen, dass wir uns in Richtung Mainau bewegen. Eine wunderschöne Straße. Und von der Mainau sehen wir leider nicht viel. Das holen wir irgendwann mal nach. Die lassen wir quasi rechts liegen. Und es geht weiter in Richtung Litzelstetten. Das seht ihr alles gleich im Video. Viel Spaß damit. Hinterlasst mir wie immer gerne einen konstruktiven Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne auch ein Abo oder ein Like. Das ist ein Abo oder ein Abo oder ein Abo oder ein Abo. Das ist ein Abo oder ein Abo oder ein Abo. Das ist ein Abo oder ein Abo oder ein Abo oder ein Abo. Das ist ein Abo oder 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 ein Abo. Das ist ein Abo oder 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 ein Abo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020